Kapitel 11 Abgrund des Nekromanten Now, reap the whirlwind, scions of death, for comes the Prince of Darkness. KURT 3 Mازman KURT 3 KURT 4 KURT 3 Die Musik ist so geil hier. Ich feiere das gerade ein bisschen. Okay, wir sind im Abgrund des Nekromanten und hier wird es nicht lustig und leicht. Das sei schon mal gesagt. Hi. Tierkreis wählen. Ja. Ich weiß es nicht. Ah, so. Okay, Moment. Äh. Hier fliegen Dinge rum. Ähm. Ja. Ich weiß gerade nicht. Ich denke mal, es muss dadurch aufs Loch scheinen, ne? Moment. Moment. 13, 14, 15. Zumindest sieht das so aus. 17. Ah, fast. 19. Gehst du da in den Kreis rein? Ja. Kriegst du die Kurve noch? Nee, ich glaube, das geht nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Ah, okay. So kommt ihr zusammen. Ja, einen noch. Dann ist sie da drin. Okay, und du? Gehst jetzt noch einen Schritt zurück. Tja, damit habe ich eine kleine Mondfinsternis geschaffen. Oder Sonnenfinsternis wohl eher. Ich habe das Rätsel gelöst, bevor ich es überhaupt angenommen habe. Auch schön. Naja. Ach, guck mal. Verdammt. Ach, nee. Da ist jetzt die Lösung drin, weil ich es schon gelöst habe. Okay. Dann ist ja gut. Ich dachte schon. Okay. Dann baut sich der Weg jetzt hier auch zusammen. Ich hoffe, der hört sich nicht auf aufzubauen, während ich hier weiterlaufe. Ich vertraue dir, Weg. Hör nicht auf. Dankeschön. Nächstes Rätsel. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen rätsellastig hier. Oh nein. Hat man sowas nicht schon mal? Farben sind Bewegungen. Das hat die Hexe zu mir gesagt, ehe sie mich herbrachte. Erst wusste ich nicht, was sie meint. Aber jetzt bin ich sicher, dass es mit diesen Bodenplatten zusammenhängt. Tja. Ich glaube, ich musste da draufhauen. Ja. Stimmt sogar. Links. Ah. Okay. Kann ich das hier resetten? Okay. Wir haben gerade das richtige Muster gesehen. Ich muss gerade aus. Wieso runter? Ich muss hoch, nicht runter. Was ist das denn hier? Ach, wir fangen von oben an. Okay. Dann ist okay. Wir fangen wahrscheinlich von oben an. Dann ist okay. Dann weiß ich, was zu tun ist. Ähm. Okay. Wir müssen dann einmal runter. Wir müssen einmal nach links. Dann müssen wir wieder runter. Kann ich das hier doppelt benutzen? Nee. Ich kann das aber nochmal benutzen. Geht das nicht? Wenn ich den nächsten schon aktiviert habe? Doch, das geht. Jetzt muss ich nochmal runter. Ist das hier... Sind das die Felder für runter? Nee, das ist links. Kann ich das irgendwie löschen? Also nicht ganz löschen. Aber naja. Okay, warte. Ich gucke erstmal, was runter ist. Du bist auch links. Du bist auch links. Du bist auch links. Du bist ebenfalls rechts. Du auch. Du bist hoch. Das kann man uns auch merken. Du bist auch hoch. Auch hoch. Alle hoch. Ich brauche nur noch einen nach unten. Auch hoch. Auch. Du auch. Du auch. Du auch. Habe ich jetzt irgendeinen nicht? Ha. Ich habe nur einen nach unten? Das ist nicht so geil. Hä? Aber ich habe hoch. Dann brauche ich nur einen nach unten. Aha. Moment. Okay. Wir starten das jetzt. Wir haben hoch. Dann hatten wir einen rechts. Dann haben wir einen hoch. Einen hoch. Dann haben wir hier ganz oft links. Ich hoffe, der war das. Dann haben wir hier einen runter. Dann haben wir hier nochmal links. Dann haben wir hier. Hoch. Hoch. Rechts hoch. Du müsstest rechts gewesen sein. Rechts. Hoch. Nochmal neu. Nein. Ach. Gabriel. Aber wir fangen doch von unten an. Habe ich doch richtig gedacht. Hoch. Hoch. Rechts. Rechts ist dann falsch. Ja, ist schön. Ich mache es nochmal. Dankeschön. Also ich brauche einen hoch. War der hoch? Ja. Die waren rechts. Du warst... Äh, äh. Nein. Stopp. Du warst hoch. Du warst auch hoch. Ihr wart links. Du warst runter. Du warst links. Du warst hoch. Und hoch. Und einen nach rechts. Nein. Drück den richtigen. Wieso links? Ach, scheiße. Kann ich das überspringen? Ich weiß, dass das nicht gut geht. Hallo. Ich weiß das. Kann ich das? Es geht nicht. Weiß ich doch. Ach, manno. Ich habe mich wieder mit links und rechts vertan. Ach, Leute. Ach, Leute. Das Rätsel ist nicht schwer. Man muss es nur verstehen. Und richtig ausführen. So. Wir wollen hoch. Wir wollen rechts. Rechts sind die roten. Nicht die... Ja. Hatte ich nicht gerade einen roten? Ne. Ich habe einen gelben Gaune. Wollen wir hoch. Und hoch. Und links. Dann wollen wir runter. Dann wollen wir links. Ja. Den hier. Und dann wollen wir hoch. Und zwar zweimal. Dann wollen wir rechts. Das ist ein roter. Dann wollen wir hoch. Und ich stelle mich jetzt ganz weit weg von dem roten. So. Jetzt aber. Außer ich habe mich jetzt wieder vertan. Ne. Müsste passen. Wenn ich jetzt nicht ganz doof bin. Ja. Passt. Mann. Dieses Rätsel. Dann explodiert auch noch alles. Unsere schöne Arbeit für den Arsch. Naja. Muss ich noch rüberfliegen. So. Rennspringen. Anscheinend. Okay. Das sind Teleporter. Ja. Mit denen werden wir jetzt ein bisschen Spaß haben. War das eine Leiche? Tatsache. Ist das eine? Ne. Also keine Leiche von mir. Von meinen Kumpels. Nein. Ich hau ab. Hehe. Yay. Wenn man nämlich reinspringt. Kommt man lustig wieder raus. Wie bei Portal. So. Und den möchte ich jetzt glaube ich anfassen. Und komme dann auch woanders hin. Ich glaube in so einer Art Schattenwelt. Glaube ich. Ein Sarg. Nein. Moment. Oh. Diesen Sarg kaputt. Ich habe Angst vor den Dingern. Und jetzt schwebt hier eine tolle Plattform rum. Die ich gerne drauf möchte. Oh nein. Und ich springe vor. Das Schöne ist. Man kann hier glaube ich nicht sterben. In der Dimension. Ich weiß jetzt nicht. Ob ich jetzt Energie abgezogen bekommen habe. Ich möchte es aber auch nicht ausprobieren. So. Und jetzt müssen wir hier so ein bisschen Jump Run machen. Und auf die Plattform warten. Auch hier ist die Musik sehr schön. Obwohl es so eine komische Schattenwelt ist. Zumindest glaube ich. Dass es eine ist. Oder? War dieser Sturm auch vorher? Ja. Und die Viecher. Ignoriere ich am besten. Weil die sind nicht nett. Nerven. Total. Ich hoffe die können mir nicht hinterher fliegen. Sonst habe ich jetzt ein Problem. Vor allem habt ihr ja gerade gesehen. Wie viele das waren. Das war nicht fair. Überhaupt nicht. Ich bin dafür. Dass die Plattformen sich schneller bewegen. Hallo epische Musik. Wie geht es dir? Wie kommt es vor, als ob man hier weiter springt? Oder ist das alles so täuschend wegen der Kamera? Boah epische Musik. Hör auf. Ich denke dann immer, ich mache irgendwie was falsch. Oder was heißt falsch? Ich denke immer, ich bin am falschen Ort und irgendwas episches sollte passieren. Oh, mach die Särge weg. Ich glaube, das ist gar keine Schattenwelt. Es ist einfach nur ein Teleporter. Hi. Nekromanten, Zauberer. Beführen sie. Ich habe dann mal die Särge weggemacht. Bevor du, boah. Bevor du wieder deine Kumpels rufst. Die in die Särge krabbeln. Das ist übrigens ein Miniboss. Falls es ihr noch nicht gemerkt habt. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Wie die alle Angst davor haben, die scheiß Schmetterlinge. Ah, ja. Hi Zombies. Die sind gut zum Energiefarm. Das ist nett von dir. Nekromantenmagier. Das ist echt nett. Muss ich ja mal sagen. Also was Netteres hätte ich von dir nie erwarten können. So. Aua. Reicht ja auch nicht, dass ich vorher noch so einen Totengräber-Arsch besiegen musste. Und jetzt auch noch gegen so einen Nekromanten-Magier. Na, komm her. Nix da. Aua. Das tut weh, mein Freund. Nein. Aua. Oh, ist das eine Fiole? Gib mir die. Der Fiole kann ich nämlich das hier machen. Oh, jetzt stirbt. Jetzt zieht der alle weg. Ich hätte alle so schön kaputt hauen können. Aua. Ah, fuck it. Lass dein scheiß Schwert stecken. Oder was auch immer das ist. Nein. Du machst nix. Oh Gott. Nein. Oh Gott, das war knapp. Uh. Ich hab Angst vor dem. Oh Gott, hat der mich jetzt getroffen. Hat der wirklich. So, mein Freund. Verrecke. Ah, verrecke. Bitte. Mit deiner eigenen Waffe. Gib mir Magie. Dankeschön. Auch wenn's so ein bisschen ist. Zwei Teleporter. Wie nett. Ja, Energie, Herz, Klopfen. Du brauchst mir nicht sagen, dass ich fast tot bin. Das weiß ich. Noch ne Viole. Ja, wo gehen wir denn jetzt zuerst rein? Da hinten muss ich hin. In den Spiegel da. Ich geh erst in den linken. Ich glaub, ich muss beide machen. Und mich hier durch diese Welt teleportieren. Oh Gott. Oh Gott. Verdammt. Portal Singies. Shit. Shit. Ganz viel Portal Stuff. Na, nicht so geil. Da muss ich jetzt reinfallen. Nein. So nicht. Was ist denn, wenn ich hier reinspringe? Uh. Das war geil. Achso, dann komm ich da wieder hin. Nö, irgendwie geht das nicht. Moment. Kann ich da mit normalen Sprung rein? Nee. So komm ich da nicht hin. Das ist... Au. Du Sau. Vor allem war ich gerade im Teleporter. Was ist das denn? Oh. Was ist das denn, was aber ich raids bin. Was ist das? Was ist das bestimmt? Oh, was war ich 오늘? bara das ist ein bisschen. Oder wie war ich dicat.